Die Wintersaison ist ja schon voll im Gange und ihr fahrt gerne nach Österreich, Italien oder Schweiz zum Skifahren. Was ihr hier beachten müsst und ob euer Auto winterfit ist, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Mein Name ist Bernd Statter, ich bin Clubjurist für internationales Recht. In Österreich gibt es eine situative Winterreifenpflicht, so wie in Deutschland. Das bedeutet, dass bei winterlichen Straßenverhältnissen, also Schnee, Matsch, Eis, ihr unbedingt auf eurem Auto Winterreifen haben müsst. Diese Regelung gilt in Österreich vom 1. November bis zum 15. April des Folgejahres. Die Mindestprofiltiefe in Österreich ist 4 mm. Anhänger brauchen keine Winterreifen. In Italien schaut die Sache schon anders aus, da ist es viel komplizierter. In Italien gibt es viele unterschiedliche Regelungen. Meistens sind die Regelungen dann auch per Verkehrszeichen angeordnet. Aber in Norditalien, Südtirol, die Brennerautobahn oder der Stadtgebiet Bozen, dort herrscht vom 15. November bis zum 15. April des Folgejahres Winterreifenpflicht. Und zwar witterungsunabhängig. Ihr müsst dort also dann in dieser Zeit immer Winterreifen haben. In der Schweiz als klassisches Alpenland gibt es seltsamerweise überhaupt keine Winterreifenpflicht. Zumindest keine starre, gesetzliche, angeordnete Winterreifenpflicht. Trotzdem rate ich dringend davon ab, mit Sommerreifen in die Schweiz zu fahren. Kommt es zu einem Verkehrsstau oder zu Verkehrsbehinderungen, weil euer Auto mit Sommerreifen ausgerüstet ist, oder es kommt zu einem Unfall, dann habt ihr massive Probleme. Da kann es sehr teuer werden und bei einem Unfall kann sogar eine Mithaftung gegeben sein. Wird Schneekettenpflicht angeordnet, gilt in allen drei Ländern dasselbe. Das ist das blaue Schild mit dem Schneekettensymbol. Dann müsst ihr Schneeketten auf die Antriebsachse eures Autos aufziehen. Das gilt auch, wenn ihr ein Allradfahrzeug habt. Hier gibt es keine Ausnahmen. Wenn ihr gegen die Winterreifenpflicht verstoßt, kann es richtig teuer werden. In Österreich drohen Bußgelder zwischen 35 bis zu 5000 Euro. Ist es ein einfacher Verstoß ohne Verkehrsbehinderung oder Unfall, bleibt es bei 35 Euro. Aber sonst kann das bis zu 5000 Euro hochgehen. In Italien beträgt die Spanne zwischen 42 bis zu 335 Euro. Und in der Schweiz, wenn es zu einer Verkehrsbehinderung kommt, weil ihr nicht die richtigen Reifen drauf habt, sind es 100 Schweizer Franken. Das sind derzeit ca. 90 Euro. Deswegen mein Tipp. Im Oktober solltet ihr eigentlich die Sommerreifen in die Garage tun und auf Winterreifen umrüsten. Da seid ihr immer auf der sicheren Seite. 4 mm Mindestprofiltiefe wären ideal. Da habt ihr auch im Ausland nichts zu befürchten. Es ist gut für eure eigene Sicherheit und für die allgemeine Verkehrssicherheit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt ein Like oder den Klingelklopf oder abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal.